Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Und zwar stellen wir euch die neue AE66 von Märklin vor. Ist ja schon einige Wochen in der Pipeline, wo wir drauf gewartet haben. Und zwar die Artikelnummer 39365. Das ist die, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, AE66 L421. Diese Maschine wird von SBB Historik unterhalten im Depot Erstfeld und ist jetzt im aktuellen Betriebszustand, also nicht von 60er Jahren, sondern aktueller Betriebszustand für Sonderfahrten und Extrafahrten vorgesehen. Und sie kriegt auch Fitnessfahrten. Wir zeigen diese Maschine mit allen wichtigen Funktionen. Und natürlich mit einem Sonderzug. Und dieser Sonderzug fährt heute nach Zürich. Viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und abonniert, das wäre fein. Ciao.